Ich höre doch diesen kleinen Dreckskerl. Ja, der ist hier auch noch irgendwo. Wo ist der? Ich würde sagen, der ist hier in diese Richtung. Jetzt ist auch noch ein blödes Schwein hier in der Nähe. Weg ist er. Der hat keine Agro auf mich gekriegt, so ein Dreckskerl. Geh weg. Hm. Was sind denn das da hinten für ganz viele Fackeln? Ach, das sind Pilze. Das hätte wehtun können. Was denn? Darunter zu fallen. Was sind wir denn hergekommen? Hm? Wo wir hergekommen sind. Ich glaube, da ist der Pilze, oder nicht? Ach, da. Hier. Das hättest du aber ruhig sagen können, dass du zurückgehen willst. Naja, hier oben gibt's ja jetzt nicht mehr allzu viel. Ja, nicht wirklich. Da müssen wir hin. Wo? Irgendwie. Da. Ach, warte mal. Was denn? Mal gucken, ob man hier rüberkommt. Jo. Doch, das könnte sein. Das geht, ja. Ich sehe da einen Weg. Ja, 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 ja. Ja. Lass uns mal ruhig wieder ein paar Fackeln hier hinstellen, oder? So. Ruhe, Wurm. Nervt mich nicht. Da komme ich ja fast so schon. Jo. Wo ist das, Mistviech? Das gibt's doch nicht, oder? Ja, die wird man weit, ne? Naja. Wo bist du? Ich höre dich nicht. Da ist noch. Ein Glowstone. Wo? Da. Ah, vorne. Ja. Wir haben zwei Stück hier in der Nähe. Ja. Da hinten ist noch mehr Glowstone. Lass uns das noch abbauen, oder? Das hängt über... Strickmarmsel, setzt du Fackeln? Warte, ich sammle mal eben hier noch den Quarz ein. Das hängt zu hoch da hinten. Hängt zu hoch? Schade. Da kommen wir so nicht vernünftig dran. Dann mache ich diese Fackeln hier wieder weg. Nicht, dass die uns... Ja, warte, lass mich mal eben hier den Quarz abbauen. Ja. Wo bist denn du, du Miststück? Hier ist einer. Schon wieder. Schon wieder in der Nähe unserer Hütte, oder wat? Ja. Au. Wo ist Platty? Nicht, dass die gleich den Fackeln nicht mehr folgen, dem Weg nicht mehr findet hier, wenn wir die Fackeln abbauen. Alles gut, alles gut, alles gut. Unten kann man ja sehen, da stehen ja überall Fackeln. So. Mache ich jetzt jedenfalls weg. Okay. Vorsicht, 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 Vorsicht. Da ist ein... Ja, da kannst du runter. Ja. Supi. Wo bist du, du kleine, mieser Gast? Leute, ich bin sofort wieder da. Ich muss mal kurz für Hündchen. Nein, nein, nein. Jetzt doch nicht. Viel Spaß. Ich bleib einfach hier bei Strickmamsel. Falls ihr mich sucht, ich sitze hier neben einer leeren Hülle. Und keiner unterhält sich mit mir. Mitten im Nürgenfuhr. Doch, aber könnte man sich ja nochmal so eine Ahnung. Mitten im Nürgenfuhr der Hölle. Hallo. Redet einer mit mir? Hallo. Nö. Ich muss mich gerade etwas konzentrieren, damit ich mir in die Fresse lege. Ich stelle ihn mal nicht so an. Dieser scheiß Gast macht unsere Wohnung kaputt, wenn der hier mag. Dann geh doch raus und bekämpfe ihn woanders. Oh, der hat aber schon wieder nichts reinlassen. So. Noch ein bisschen Glowstone. Wo bist denn du? Ich bin jetzt nicht da. Ich kann es nicht aufsammeln. Nee, ich habe ja alles... Oh mein Gott. Was denn? Ich bin fast voll mit Glowstone. Ja, dann komm mal hier rüber. Ich kann dir noch was abnehmen. Ich stehe hier neben Strickmannsel, falls du mich suchst. Die, die einfach eine leere Hülle gerade ist. Ich muss erst mal zusehen, dass ich hier neue Spitzhacken kriege, weil ansonsten... Ich habe noch Spitzhacken. Komm her. Was, denn geht mir der Gast gerade total auf den Sender? Ja, das ist... Wundert mich nicht. Wo bist denn du? Keine Ahnung. Der will sich nicht zeigen. Der steckt wahrscheinlich tief in der Lava drin oder so. Das soll er nicht. Ich gehe mal ein bisschen vom Rand weg. Nicht, dass er mir die Steine unter mir wegschießt, plötzlich. Gute Idee. Diese kleine Kröte. Da ist noch Glowstone, da komme ich so aber gerade nicht hin. Schade auch. Na, verdammt. Na gut. Dann baue ich mal eben den Quarz hier noch ab, dann komme ich zurück. Mach das. Ich hoffe, man hört nachher nicht in der Aufnahme meine Waschmaschine, die jetzt gerade ein bisschen schleudert. Da bin ich wieder. Ah, keine leere Hülle mehr. Ja, hallo Strickpapsel. Ups. Warte mal, Strickpapsel, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Stopp. Wenn ich dich hier schlage, dann sprüht er was aus dir raus. Guck mal. Bei mir auch. Sternchen? Ja. Ja. Warum? Mach mal. Ist so. Passiert das auch bei mir, wenn du mich schlägst? Mach mal nochmal. Zack. Äh, ich hab nix gesehen. Hm, komisch. Wirst du ja dann in der Aufnahme sehen. Ja. So, Platty, wo bleibst du? Wir warten auf dich. Quarz abbauen. Wo ist sie denn hin? Platty hat noch ein bisschen was an Glowstone gefunden, was er abgebaut hat. Genau. Die gierige. Äh, echt, ey. Ja, gut, irgendeiner von uns muss ja gierig sein, ne? Hallöchen. Glowstone direkt in Augenhöhe. Das nehme ich auf jeden Fall gerne noch mit. Huch. Huch. Auch wenn es nur neun Stück. Näh. Das heißt null Stück. Strickmamsel, was machst du da hinten? Ich versuche gerade zu gucken, wo unser Weg ist. Der hier ist es nicht. Nee, nee, das ist da unten irgendwo. Warte mal eben. Kommst du hier dran? Wo dran? Hier. Ist ein bisschen sehr hoch, ne? Das ist sehr hoch da hinten. Hier geht unser Weg weiter, Strickmamsel. Ja, wir müssen, glaube ich, noch auf Platy warten, ne? Ja, die kommt irgendwie nicht. Die hat keine Lust. Da hinten läuft sie, ich sehe sie. Wenn da schon umrückwäsch. Na denn? Wo auch hin. Ah, hier ist ja so viel Quarz. Ach, dann müssen wir hier, glaube ich, runter, ne? Ja. Ich glaube wohl. Tata! Ich hab keinen Platz mehr. Ich hab keinen Platz mehr. Sonja muss Glowstone verschmelzen. Das geht auch. Man kann auch Glowstone verschmelzen. Ja, in deinem eigenen Inventar kannst du die zu Vierer zusammen. Ich glaube, ich mach das mal mit dem Quarz. Geht das auch? Ja. Ja. Ich bin gleich auf den Quarz gespannt, wie der aussieht. Wenn wir den... Weiß. Ganz normal weiß wieder, ne? Ja. Ohne Struktur, ohne alles, oder? Ohne Struktur. Er braucht schon Struktur in seinem Leben. Wollte ich gerade sagen. Wer braucht schon Struktur? Keine Ahnung. Nenn mir einen. Ne, ne, ne. So, ich hab jetzt auch mal den Glowstone zusammengepackt. Gepfercht. Da ist es ja, das Platty. Endlich. Warum läufst du denn so durch mich durch? Weil ich es kann. Wo läufst denn du hin? Das ist, glaube ich, nicht der Weg nach Haus. Nein? Nein. Hier, zu mir. Ich hab Orientierung wie... Ja, wie eine Kuh auf eine Wiese. Gut, dass da ein Zaun drum ist. Ja. Warte, da ist noch Quarz. Da ist noch Quarz. Du hast recht. Und meine nächste Spitzhacke. Ah, möchtest du noch eine Spitzhacke haben? Oder hast du jetzt eine? Gebaut. Okay, ich hab eine Rechte gebaut. Da hinten ist auch noch Quarz. Wenn wir hier schon nichts anderes finden, dann doch wenigstens jede Menge Quarz. Achtung, da ist ein Lavasee. Ja, ich weiß. Alles gut. Hör mal, da ist wieder einer. Ja, aber die zeigen sich ja nie. Mein Schwert ist aktiviert. Meins auch. Komm, wobei ich... Da ist er ja. Wo? Da hinten. Da fliegt er doch. Wo? Wir müssen... Ich sehe nicht. Ah, da ist er. Achtung, Platty. Er schießt auf dich. Komm her, komm her. Lass Platty in Ruhe. Nimm mich, nimm mich, nimm mich. Komm hier hin. Na, komm schon. Ich bin da, ich bin da. Hier bin ich. Ich schieße. Hallo. 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 Ach, dieser blöde Kerl. Was aber? Dann so. Ich mag er nicht. Komm her. Zack. Verschwunden. Mist, Kerl. Mist, Kerl. Sag ich dazu nur. Wo seid ihr? Ich bin schon wieder weiter oben. Ah, da seid ihr. Ich bin schon weiter unten. Ah, ich komme. Der wollte nichts von mir. Ich habe mich so angestrengt. Ich habe alles gegeben. Hast du ihm ein Geschenk gemacht? Einen Pfeil habe ich ihm hinterher geschossen. Aber selbst den wollte er nicht. Ich höre ihn wieder. Den hätte ich jetzt aber auch... Da hinten fliegt er. Aua! Wo? Wo? Da hinten fliegt er. Auf jetzt schießt denn der jetzt? Ich schätze auf Platty. Was macht Platty denn schon wieder so weit oben da? Aua! Klosthorn abbauen. Aua! Aua! Was ist denn? Warum schreist du denn die ganze Zeit? Aua! Wo ist denn der Blöde? Siehst du mich hier fliegen? Nee, ich sehe dich nicht. Dann bleib du da in Sicherheit und ich kann mal kurz gucken, was Platty macht. Zack, zurück. Ah, da oben schießt er. Ich sehe die Bomben fliegen. Aber ich sehe den Gast nicht. Jetzt sehe ich den Gast. Komm her, mein Freund. Jetzt gehörst du mir. Nicht mit dem Pfeil. Ist mir egal. Nein. Und das kriege ich ihn ja nicht. Du sollst ihn ja auch nicht kriegen. Da sind die Pünktchen. Und da ist auch eine Gasträne. Soll ich die auch sammeln? Jawohl. Ja, bitte. Kommt ihr jetzt langsam mal wieder runter da? Ja. So, darf ich jetzt erst noch hier den Glowstone brauchen? Wir haben eine Gasträne. Und was machen wir mit einer Gasträne? Schöne Tränke. Das sind zwei Regenerationstränke für uns. Brauchen wir aber noch Netherwarzen. Was ist denn da hinten? Ist da hinten ein Pfeil? Ach, das ist ein Schwein. Mit einem Schwert in der Hand. Hm. Hat der mich aber gerade, also, der hat mich so ein bisschen penetriert, der kleine Drecksack. Ja, das würde ich wohl so sagen. Das würde ich mal so meinen. Der hat es voll auf dich abgesehen. Also, ich weiß ja, dass ich total... Aber das war jetzt ein bisschen arg aufdringlich. Au. Dass du total was bist. Skype hat wieder die Hälfte verschluckt. Ich liebe Skype. Hey, Platty. Da bist du ja. Ich sagte, ich weiß ja, dass ich total anziehend wirke. Aber der hat es ein bisschen übertrieben. Das fand ich ein bisschen unbegast. Ich habe gerade einen Enderman gehört. Wie ein Enderman. Ja. Bitte? Jo. Was macht denn ein Enderman hier? Das weiß ich auch nicht. Ich bin die erste Fuhre mit Nether-Sachen nach Hause. Ja, wir können auch langsam mal ganz nach draußen wieder, habe ich das Gefühl. Ja. Ich will raus hier. Ja, komm, Strickmamsel. Wo geht's nach Hause? Da. Da vorne legt ihr den Fackeln nach, oder? Was machst du denn hier, Alter? Leute. Ja. Wir waren schon mal im Nether? Wieso? Aber da habe ich dir doch nichts gebaut, oder? Da ist ein Enderman. Soll ich ihn erschlagen, oder machst du das? Ich höre ihn auch. Auf jeden hatten der blöde Enderman gerade Agro. Das ist nicht. Bierbaulager? Was? Was? Ein Bierbaulager? Ein Bierbaulager? Wo bist du? Ja, kommt mal raus. Dann landet ihr genau da, wo ich auch bin. Und dann dürft ihr mir ganz gräßig ja mal erklären, was hier Sache ist. Okay, wir kommen raus. Dafür hätte ich tatsächlich gerne mal eine Erklärung. Wir sind unterwegs. Wir eilen. Bist du hinter mir? Ich bin hinter dir, Strickmamsel. Lauf. Lauf, Strickmamsel. Halt nicht an. Ich will nicht so schnell. Wart denn? Geh weg, Schwein. Hat jemand auf diesen Server Zugriff außer uns vier? Nein. Links herum, Strickmamsel. Können nur die Leute, die auf der Whitelist sind, hier drauf. Dann hätte ich tatsächlich gerne eine Erklärung dafür. Warte, ich komme. Wir kommen ja gleich. Wir sind ja gleich draußen. Da ist eine Leiter gebaut worden. An der Hütte. Wollte wissen, was über der Hütte ist. Bist du da jetzt? Ne, sie ist rausgegangen aus dem Neter, oder? Du bist raus aus dem Neter, oder nicht? Was machst du denn da oben, Strickmamsel? Da unten gibt es ein Ding und dann da lang. Aua. Was ist denn? So, ich komme jetzt auch raus. Strickmamsel, kommst du auch mit? Latti, hier lang. Warte, warte, warte. Ich bin jetzt da. Was zur Hölle, wo sind wir denn jetzt? Und, ähm, ja. Wo seid ihr denn jetzt? Ah, ist doch gut. Das ist hier jetzt nicht so groß, dass man Panik kriegen muss. Hier, hinter dir. Wieder zurück. Hä, was ist das hier alles? Ja, keine Ahnung, deswegen sag ich ja. Das ist aber nicht unser Zuhause. Nein. Keins von unseren Zuhause. Wir sind immer noch im Neter. Nein, das ist nur das Tor, was man hört, das Portal. Bergbaulager? Hä? Bruchstein? Was, Chris, hier noch zu sagen? Willst du mich verarschen? Guck mal, ja, hat er. Ja, dann. Da vorne ist unser Leitstrahl. Wie bitte? Wo ist unser Leitstrahl? Da vorne, da. Doch, ich muss mal mit Chris reden. Wo ist unser Leitstrahl? Da. Wo sind wir hier? Warum sind wir denn jetzt hier rausgekommen? Ich denke mal, Chris hat gebaut, ohne was zu sagen. Das glaube ich nicht. Ansonsten hat hier keiner Zugriff auf die Welt. Und was machst du denn hier, Zombie? Komm, wir ja. Ich erlöse dich von deinem Leid. Äh, ja, und nun? Jetzt müssen wir irgendwie wieder zurückkommen. Ja, wenn da vorne unser Leitstrahl ist, dann werden wir auf den Weg. Warum sind die denn überall fackeln? Das ist komisch. Äh, hier sind Fackeln. Wer hat die denn alle gelegt? Das ist natürlich scheiße mit dem Netherportal, war. Äh, ist ein bisschen komisch. Aber so kommen wir schneller wieder nach Hause. Ja, ist aber das falsche Zuhause. Da will ich jetzt gerade gar nicht hin. Oh, wo ist unser Leitstrahl? Ich sehe es gerade nicht. Wir wollten doch sowas Schönes machen. Also, das ist doch seltsam. Allerdings. Nee, da müssten wir mal Chris fragen, ob der sich hier... Na, das mit dem Netherportal ist tatsächlich ein bisschen doof gelaufen. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich überwundere mich nur. Naja, wir kommen jetzt aber immer in diesen Netherportal raus, ne? Auch wenn wir drüben reingehen. Okay. Ja, das ist aber auch nicht von uns gebaut hier. Das hier schon. Also, das ist definitiv unser Zuhause. Aber diese Straße hier ist doch... Nee, das hier ist... Ach, Mensch. Das ist doch ganz was anderes. Das hier ist doch nicht von uns. Nein. Was denn? Nein, das... Wer macht denn sowas? Das war ich. Ach, das hast du hier gebaut, oder was? Was ist das Screen, oder wie? Das hier war ich. Ha. Das war ich. Das hast du jetzt verdient. Ich fand das... Ich fand das so schöner. Ja, dann sag doch einfach was on Screen, dass wir das noch mitfricht. Ich dachte, dass wir das eventuell hier anders herausfinden. So, wenn wir mal wieder eine Tue hier hinmachen, sag ich, haha, Überraschung. Dass wir jetzt auf der anderen Seite von einem Netaportal rauskommen, war so nicht geplant. Okay, kann ich mir nachvollziehen, dann. Hm. Es ist irgendwie komisch. Ja. Sehr komisch. Komischer Aufnahme. Komische Folge. Wenn wir schon mal hier sind, gibt es hier was in der Basis, was ihr mitnehmen wollt? Nö. Ich glaube im Augenblick nicht. Ähm. Hat noch irgendjemand Platz, der könnte mal herkommen, zwei Kisten bauen. Weil ich hab ja gar kein Netherrack-Zeugs. Wie, wo, wie Kisten bauen? Wieso Kisten bauen? Ja, unten im Lager. Wo bist du denn jetzt? Ach, unten. Ja, unten im Lager. Und was soll ich da bauen? Zwei Kisten. Warum? Ich denke, wir nehmen die Sachen mit zu dem anderen Haus. Das hier soll ja unser Haupthaus bleiben, oder? Ja, aber ihr wolltet doch irgendetwas damit da in dem anderen Haus jetzt bauen. Ja, aber dann wird alles. Von daher nehmen wir es jetzt erst mal mit. Komm, 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 komm. Aber ich bin doch voll voll. Ja, dann gib her, dann nehm ich dir was ab. Los, gib her. Spuck's aus. Das ist nett. Ja, mach ich ja. Hallo, hier bin ich. So, danke. Reicht's? Ja. Gut. Okay, dann lass uns mal rübergehen zu dem anderen Haus. Na gut. Nützt ja nix. Los, beweg dich. Rusch, Rusch. Wir müssten doch da vorne. Wo ist denn, wo fängt denn der Weg an? Hier unten. Hier. Komm her. Hier. Hier. Ach so, da. Platty, kommst du mit? Mhm. Ich glaube, Platty muss sich jetzt erst mal schämen. Ich hab gerade Chris angeschrieben, ob der irgendwie in letzter Zeit hier auf dieser Map war und was gebaut hat. Und? Ja, dass er nicht instant zurückschreibt, ist ja wohl logisch, oder? Was weiß ich? Ich kenn den ja noch nicht einmal. Wir laufen schon mal in Richtung Neue Heimat. Ach, das. Neue Heimat. Ja, da da da. Ja, da da. Ja. Was ist los? Schön weiterlaufen hier. Runter geguckt. Aber ich hab da doch nochmal runter geguckt. Da geht's halt tief runter. Ja, voll toll. Na. Ich bin nur froh, wieder raus zu sein aus dem Neter. Lebendig vor allem. Und das beim ersten Besuch. Ja, das zeig ich dir. Platty, bist du auch schon unterwegs? Ja, gerade eben. Aber ich verstehe nicht, warum wir das nicht beeinflussen können, dass wir irgendwo anders rauskommen. Stand denn da jetzt auch ein Portal? Ja. Ach so. Und innerhalb von 1024 Blöcken kommst du halt immer beim erstgebauten Portal wieder raus. Aha. Alles klar. Auch wenn das hier ein sehr weiter Weg ist, das sind keine 1024 Blöcke. Deswegen waren da auch schon alles aufgebaut, als wir in den Neter hineingegangen sind. Ja. Hm. Alles klar. Verstehe. Keine Frage. Hm. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, wenn Chris nicht antwortet, ist, im Spiele-Log nachzugucken, bei Nitrado. Lass Chris erstmal antworten. Lalalalalalalalalala. Oh. Was ist denn? Hunger. Oh, Hunger. Weiter geht's. Mein Gott. Ja, das ist schon ein weiter Weg. Das sind doch... Das sind wirklich keine 1024 Blöcke. Okay. Was ist denn mit 1024 Blöcken gemeint, bitteschön? Ja, 1024 so Grasblöcke zum Beispiel. Das sind doch mehr als 1024... In einer Graden. 1024, äh... Ach, in einer Graden. Ja, aber selbst in einer Graden sind das doch mehr als... Müssten es mehr sein, oder? Ja, ja. Aber wieso kommen wir dann... Wir sind ja bald fünf Minuten unter... Naja, fünf Minuten nicht, aber... Manche Sachen verstehe ich nicht. ...im vollen Lauf mit Sicherheit so zwei bis drei Minuten unterwegs. Hm. Urig, urig. Erstmal ein bisschen baden nach dem Neta. So, sammelt ihr euch gleich einmal hier im Badezimmer alle zusammen. Das fände ich total toll. Ich wollte schon immer mit euch baden. Hm. Hallo. Wir haben ein Badezimmer? Na klar haben wir ein Badezimmer. Ach. Hm. Aber du darfst dein Schwert wegstecken. Dann nehme ich den Bogen. Okay, ich nehme die Fackel. Warum ziehst du dich denn aus? Okay, warte. Aber ich warte. Das kann ich auch. Meine Rüstung könnte ja rosten. Deine Diamant-Rüstung. Ja, genau. So. Ich habe auch nichts mehr an. Tata. Oh, es wird schon wieder dunkel. Naja, wir warten. Oh, da hinten kommen sie. Da hinten kommen sie ja, die Mädels. Ich habe es genau gesehen. AllesCIale. Und wenn du ja nux胡.